Wir finden es super schön zu überlegen, welchen neuen Look könnte denn eine Regenhose haben, was kann man aus einem alten Kinderschneeanzug noch machen. Wir erwecken vermeintlich ausgediente Textilreste zu neuem Leben, indem wir ihnen eine neue Funktion als neues Designstück verpassen. Und es ist einfach wahnsinnig inspirierend, mit unserem Team hier lokal und nachhaltig vor Ort zu schauen, was können wir aus den Chibu-Resten noch hübsches zaubern. Das ist schon wie so eine Schatzsuche. Also wenn die Pakete hier ankommen und man guckt da rein und ist noch ganz offen, was soll draus werden, dann ist es tatsächlich so eine ganz große Spannung. Was ziehen wir da hervor? Und genau, die Produktion wird dann gemacht von unseren Näherinnen und Nähern. Unser Team kann super aus allem alles nähen. Deswegen kann man ja auch unterschiedliche Produkte entwickeln aus unterschiedlichen Materialien. Wenn die damit fertig sind, kommt es zu einer Qualitätskontrolle und danach kann es dann auch schon verpackt werden. Also es ist hochprofessionell von vorne bis hinten durchgeplant. Mit Bridge & Tunnel versuchen wir, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wir haben riesengroße Lust, zusammen mit Chibu zusammenzuarbeiten, weil es gibt so viele Restanten und Resttextilen aus dieser Welt. Und ich finde gerade bei Großunternehmen ist doch der Hebel und die Möglichkeit dessen, was man erreichen kann, viel, viel größer und auch massenwirksamer da, als wenn wir das im Gleichen durchexerzieren. Es braucht große, starke Partner, die sagen, wir können das Thema in die Masse tragen. Und ich finde hier, die Möglichkeit anschauen. Vielen Dank.